Manche sind unterwegs in der Monkey-Klasse 2, aber mit Legspace. 2 Meter Beinfreiheit. 2 Meter Beinfreiheit. Genau. So habe ich das gehört. Bis später. Bis dann. Thank you very much. You're welcome. Okay, also wie sieht's aus? Ja, sieht sehr gut aus. Sieht sehr windschnittig aus. Was gut aussieht, fliegt auch meistens schnell. Für den Rest sorgt dann Edge Performance. Also hier sind wir in der Assemble Hall von Terra. Müssen wir nur noch gucken, wo wir unterschreiben. Aber die Arbeit, die die Jungs hier machen, ist wirklich sehr gut. Sieht gut aus, ne? Sehr gut. Die Qualität von der Verarbeitung. Wir haben mal 10 Stück geordert für die Skymonkeys. Genau. Das wird die neue Firmenflotte. Flottenrapport. Okay, Etoplan Carmel. Du hast flopp verdade当t. Ja, crave für im Erfolg. Wir genau sie haben, und du wirflamfeert. Du bist crust pianificier mit Dirich. Und du kommst rie儆 her. Und du musst. Und du wir mal auch. Du musst flotzen. escaliert. Wasst du hierench. Ein bisschen sehr windig noch, aber was soll's, wir probieren es trotzdem, Hals und Beinbruch denke ich mal. Untertitelung des ZDF, 2020 . Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020